hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich glaube wieder mecharena und zwar wettbewerb es ist nun aufnahme also es ist kein neues wettbewerb ist immer noch ffa aber viel spaß ok es geht los mit ffa mit dieser runde oh da war eine wand bist bist du willst mir aber ich ließe ihn ja weil ja so geht es jawoll und der nächste kommt einer hinter mir nein das ist nicht da aber jetzt ist aber weiß sie geil ist sie und da der nächste scherl ach es ganz schön sowas von ärgerlich aber auch jetzt aber weiter weiß da kommt sich ach nein du opfer du ich bin schlechter schütze wir haben wohl die nummer eins gekillt ok das war die erste runde von drei dann sage ich mal bis gleich schauen ok bis gleich ein karam war jetzt in meinen anderen ist immer shadow wir starten mit shadow ah nein woher wusste ich das dass das sah nicht gut aus vom vorn rein sah es nicht gut aus oh warum bin ich glück bleib stehen es soll dich kein anderer kill ich soll dich kill nur ich nerv ich dich wurde ich nerv dich ist kein problem ich nerv dich gerne weiter wuuhu doppel kill hurra arschloch dankeschön der bringt mal hier gar nichts kommen wenn wir den einfach stellen uns nach oben auf die hoffnung dass wir etwas treffen wir haben getroffen drei zwei eins jawohl ich hab mit denen ein kill auf dieser map unfassbar eins und der nächste kill das ist doch mal magic ich stelle mich mal da hinten in so eine ecke rein auf die hoffnung dass mich keiner sieht kriegt ein da war einer schneller als ich okay schicke oh nein na gut dann kommt jetzt gleich die letzte runde dran schön schön nur vierter mit vier kills gut dann die nächste runde geht los jetzt nehme ich den scharfschützen mit den longarm da habe ich glaube ich alle gespielt gut gut wo wo da w eats bei mir wie kommt der denn da hin Und weg. Kannst mich mal, du mit deiner Schrotflinte. Red hat mich gekillt. Hey, ich bin auch Red. Oh nein. Kein guter Startplatz hier. Das muss ja ganz oben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jawohl. Super. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Das wird knapp. Nein, 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 nein. Woah, Glück gehabt. Woah, schön, 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 hat ja doch noch geklappt. Kriegen wir noch einen Kill? Kriegen wir noch einen Kill? Nein, kriegen wir nicht. Eins. Ah, nein. Das ist ja mal ärgerlich wieder. Drei, zwei, eins. Dief. Ah. Hahaha. Red. Schon wieder verloren. Ich bin in der dritten Liga. Und ich verliere. Naja, egal. Ich würde mal sagen, das war es denn mit diesem Video. Ich sage, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.